Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon HeartGold und SoulSilver Webamizer Soulink Challenge mit Tanimia. Hi! Da, ähm, wir sind zurück. Lange, lange ist es ja. Zwei Wochen. Für uns. Genau. Ungefähr zwei Wochen, ich weiß gar nicht genau wie lange. Mehrere zeittechnische Gründe haben dazu geführt, dass hier eine kleine Pause eingelegt werden musste. Aber es ist in dieser Pause auch etwas passiert, bei mir sieht man es sogar schon. Hast du eine Facecam? Nein, aber wir haben auf Screen trainiert. Ja, das haben wir getan. Und bei diesem Training ist etwas passiert. Stimmt, das Ei hat sich entwickelt, ich erinnere mich. Genau, unsere beiden Eier sind rausgeschlüpft. Was ist denn bei dir? Bei mir war es das Pi. Ein kleines Pi ist bei mir rausgeschlüpft. Ein Pi, ja. Bei mir ist es ein, äh, Visenior geworden. Ja, ich, ich. Das ist aber voll gut, das kleine ist mega gut. Aufgrund der Fähigkeit. Was ziemlich gut kommt. Erinnerst du dich noch? Ich war gerade mal mein Visenior. Ja, ich auch gerade. Mein kleines Pi. Was soll das tun für eine Fähigkeit? Das Magic Guard. Pokémon only takes damage from attacks. Also, es kann zwar vergiftet werden, aber es nimmt keinen Giftschaden, solange es im Kampf ist. Es kann paralysiert werden, aber es wird davon jetzt, also, es kriegt ja keinen Schaden. Von Paralyse kriegt man ja keinen Schaden, aber, ne, das Grundprinzip ist eigentlich ziemlich cool. Ja, im Prinzip ja schon. Und ich hole mir hier oben gerade noch dieses Item. Ein Nugget! Ich habe Geld. Ich bin reich. Wo hast du jetzt ein Nugget gefunden? Ähm, unten. Ich habe unten noch zu Ende erkundet gerade. Ach ja, ach ja, das war ja das Lustige. War ja, ich hatte ja diesen Fehler gehabt, bei der letzten Aufnahme, wo ich unten rein wollte. Da in diesen Hüllenabschnitt. Hattet ich ja wieder so einen Grafik-Bug. Erinnerst du dich? Ja. Ähm, ich habe da neu geladen und habe mir das Item mal geholt, weil ich gucke wollte, ob es funktioniert. Ja, ich habe, ähm, ich habe, also, das Item, was ich bekommen habe, da unten. Ah, jetzt erinnere ich mich. Das war Drachen, Drachenpuls, habe ich bekommen. Ja, kann man mal machen, ne? Ich hätte sogar ein Pokémon, dem ich das beibring. Soll ich das Pokémon beibringen? Ich kann das Skyline beibringen. Ich kann dir nicht sagen, ob du noch warten möchtest, oder? Ich, ich warte mal noch. Ich warte. So, okay. Das heißt, unten war ich. Da ging es ja nicht so weiter jetzt, oder? Doch, unten ging es noch weiter, da ging es nach oben, ne? Kämpfen wir mal gegen diesen Dude hier. Daumen drücken, dass heute nichts schief geht. Hallo. Hi. Finde mal vorbei. So, genau. Links war das Item und nach oben hätte ich noch gehen können. Oh, da ist noch ein Item. Ah, da ist noch ein Item. Das war bei mir das Nugget. Ein Muschas. Hallo, Muschas. Hallo, Muschas. Ach, die Musik wieder, auch. Das ist schön. Es ist so schön. Ist es das? Ja. Au. Was ist das? Habe ich eigentlich meine Liste parat? Ja. Die brauchst du? Aber ich habe nichts zu schreiben parat. Das ist natürlich mir das Besten vorbereitet. So, Thanos erreicht Level 14. Nice. Ich habe auch alle hoch trainiert noch, Ostgreen. Das ist ein bisschen passt. Zu Level 13 habe ich angepeilt. Ist so alles ganz gut gegangen eigentlich. Ja, ich nicht ganz, weil ich habe so ein Teammitglied. Beziehungsweise eigentlich, ja, eigentlich ein Teammitglied, was extrem behindert ist. Und zwar dieses, äh, dieses komische Käfer-Dings hier, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das lernt halt einfach nichts. Surfer haben wir noch nicht, ne, gehabt? Ich weiß es gerade nicht mehr, haben wir Surfer gehabt? Ja, klar. Wir haben nach der ersten Erinnerung schon Surfer weg, hätte es nicht. Ich weiß es, ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Es ist, äh, ah ne, wir kriegen die erst unten. Stimmt, ich erinnere mich. Ne, links oben kriegen wir. Ja, ein wildes Despotar. Ich, ähm, hätte ich gerne. Kann ich was eintauschen? Ist der Trainer hier plötzlich nur Level 4? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ja, hallo, Level 4, Entschuldigung. Lass ihn doch. Er hat sich vielleicht nur durchgeschummelt. So. Ich kenn mir auch mal den nächsten Trainer. Gegen welchen Trainer kämpfst du denn gerade? Der rechts. Ähm, gegen den Wanderer, der etwas weiter unten steht. Den, der so leicht links unterhalb des Eingangs steht. Äh. Man sieht den Eingang von hier. Also, ich kann den Eingang sehen. Das, äh, weiß ich ehrlich gesagt. Er hat drei Pokémon. Ja? Ja? Ist es wohl derselbe? Ja, Level 4. Alles klar. Ist derselbe. Ciao. Ja, ist bei mir ein recht angenehmer Gegler. Ja, ja. Alles One-Hit. Schön. Kann man machen. Altaria, ähm. Er hat wieder überlevelt. Er hat Altaria. Level 6. Okay, geht noch. Ist noch, ist noch im grünen Bereich. Den Altaria hätte ich gern. Oh. Miese Tor. Es sinkt mich in Schlaf. Das ist, äh, leicht unfair. Das ist hier nicht einfach. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Ach du Scheiße, wie, wie, wie groß ist denn diese Höhle, bitte? Die war schon ein Stück. Aber ich glaube, die hat jetzt nicht so Ebenen. Also, wir müssen nicht, um rauszukommen, über mehrere Ebenen, glaube ich. Oder? Ne, eigentlich nicht. Wach auf. Ich weiß nicht. So, einen wunderschönen Tag. Jetzt noch mal in der Technik-Sonne. Können Sie mich bitte durchlassen? Ich bin in wichtiger Mission, ja? Ey, es pennt immer noch. Skyline, wach auf. Ja, mit dem Pen auf. Weiß ich, Lord. Easy going. Hey, wieso sind die auf einmal mega schwach wieder alle? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin da nicht, also ich finde es nicht schlimm. Ich fange jetzt, wo wir nach zwei Wochen erstmal wieder spielen, ne? Das ist, äh, ich finde es nicht so schlimm. Wo ist eigentlich mein, ähm, Toheido? Toheido? Ja. Das weiß ich nicht. Ich kann mich, nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ein Raupi hat er noch, Level 8. Oh, 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 mis Raupi. Mach ich gut, Raupi. Ich glaube, mein Toheido befindet sich irgendwo oben im Himmel. Also, ich habe meine Pokémon immer freigelassen. Dass du deine Pokémon dann killst oder so, wenn sie... Also, das ist schon ein bisschen heftig, ne? Nein, Joey, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Oh, ein Drachenzahn. Dankeschön. Hm, nice. Ähm, ob ich Skyline schon den Drachenpuls beibringe? Ich glaube, ich bringe noch nicht den Drachenpuls bei. Ich glaube, ich hefe es nur noch ein bisschen auf. Ich switch mal. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Denn eine Fistplate. Ich habe keine Ahnung. Da sehen wir ein bisschen pervers an, wenn ich endlich bin. Wow. Gut. Light, fein gemacht. Level up, nice. Können wir mal wie ein anderes nach vorne tun. Okay, Trainer besiegt. Schön. Gucken wir mal, wir sehen nur nach vorne. Ach, hier steht ja schon wieder ein Typ, ey. Magmota. Okay. Keine Zeit für dich. Obwohl. Näh. Ach, er hat nur ein Pokémon. Oh, wie süß. Ein Starly. Was ist ein Starly? Starly ist ein kleiner Piepmatz. Äh, starrer Lily? Könnte sein. Wo muss ich jetzt hin? Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Oh oh. Ich kämpfe erstmal gegen den Trainer, denke ich. Ganz links ist noch ein Item. Hier ist so ein Feuertyp hier unten. Mit dem bin ich gerade. Ja, ganz, ganz links von ihm ist noch ein Item. Geht's da weiter? Ah, nee, da geht's nicht weiter. Das ist nicht. Okay, da hole ich mir das. Das hier sieht doch verdächtig nach einem versteckten Item aus. Aber es ist nicht so. Und es ist ein Lebensorb. Das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz, was du alles findest. Das ist ein Scherz. Es ist kein Scherz. Ich hab's doch bekommen. Ja, ich gucke gleich mal, was der macht. Wie genau das war. Ewig her, dass ich so ein Orb-Ding hatte. Flame Orb hab ich. Und dann muss er irgendwo noch der Lebensorb sein. Hier ist es. Läufer-Barb. Okay. Das ist schlecht. Es boosts die Power of Moves. Ah, okay. Es verstärkt meine Attacken. Aber es kostet mich dann immer HP. Also immer, wenn ich angreife, verliere ich HP. Aber es stärkt meine... Hm. Ach, ich hab's geschafft. Ich bin auf Route 33. Ähm, jetzt muss ich mal gerade strecken. Okay, eigentlich nicht. Route 33. Ja, das wäre tatsächlich ein Encounter. Aber ich glaube, du hattest keine Bälle mehr. Ich hatte keine Bälle mehr. Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Oh Gott. Ähm. Kann sein. Ja, ich könnte eigentlich auch noch ein paar Bälle gebrauchen. Ich kämpfe jetzt erstmal gegen den einen Typen, der hier noch stand. Hi. Hallo. Da ist noch ein Item. Du bist kein Trainer. Hä? Dann pflück ich mal Apikokos. Hier ist ein Item. Oh. Stopp. Schön. Was gegen Einschlafen. Ja, 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 komm. Lass uns kämpfen. Blup. Zwei Pokémon hat er. Apikoko. Zwei Pokémon. Lavitar. Okay. Ist das ungut, was ich da hier habe. Doch, safe ein Trainer, oder? Ja, du bist ein Trainer. Okay, ich wechsle. Das bringt zu nix. Komm her, mein Freund. Ich mach dich weg, du Lutscher. Bist du ein Bild auf Agro heute, was? Ja, ja, also, Doktü, ich hab nix zu sein. Tut mir leid. Ey, komm. Ey, komm. Das war das. Karma. Das ist so Karma. Ach, Karma ist so gut. Kann er eh, Doktü, schon was? Weiß ich nicht. Welches Level? Elf. Könnte vielleicht ne Steinattacke haben, hä? Ne Steinsattacke. Bin mir nicht sicher. Tschau, Lavita. Level 17 war, glaub ich, Level Cap, oder? Ja, kann sein. Ne, war's nicht. Ne, 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 war's nicht. Aber mein Sky ist schon Level 18. Ja, dann bist du drüber. Nein, es war nicht Level 17. Doch. Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich hab ein Level drunter gelassen. Es war Level 21, glaub ich. Aber du hast gesagt, es kommt noch sehr viel beim Kämpfen. Aber wir kommen noch sehr viele Kämpfe, hast du gesagt. Level 17 war, glaub ich, Arena-Leiter und Level 18 war der Rivale. Ich weiß es nicht mehr. Du darfst nicht vergessen, wir sind hier in Joto. Da geht das sau schnell, weil wir gehen auch rüber in Kanto, wenn wir soweit kommen. Also ich bin mir ziemlich... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay, dann soll ich nicht mal mit Sky jetzt kämpfen, erst mal. Mach ich denn jetzt gegen das Ding hier? Nein! Okay, der ist weg. Ich hab mich verklickt. Das ist ungeil. Da ist noch ein Trainer. Ich bleib einfach mal an und guck mal, wie viel Schaden ich mache. Oh shit! Was denn? Was ist los? Mach keinen Quatsch. Alles gut, ich muss mal rauswechseln hier. Die Höhle ist groß. Die ist verdammt groß, die Höhle. Mach ich denn gegen das Ding? Was denn für ein Ding? Ja, du kannst Wasser dagegen einsetzen. Wasser ist sehr effektiv. Oh. Ja, du kennst Martin sehr gut. Ja, ja. Sehr, ne? Level 11. Oh. Alter, what the fucking hell? Ich muss auswechseln. Nein, dich lass ich mit Sicherheit nicht drin. Ich muss auswechseln. Das Iodatür trollt mich. Nee. Flug. What the fuck? Der setzt die ganze Zeit nur Brüller ein. Der wird hin und her gewechselt. Wow. Nee, das hat aber nicht viel, ähm... Critical Hit. Das war ein Crit. Mach dich nochmal. Hauf jetzt. Hauf jetzt. Tschüss. Ich mach jetzt weg. Danke. Das wird zu dumm. Auch wenn es mich auf Level 17 bringen könnte, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu dumm hier, wenn der mal nur Brüller einsetzt. Oh, der hat gekritet. Ja. Oh Gott. Ein HP. Kani. Warte mal. Kani. Warte. Ich warne dich. Der hat gekritet. Der kürtet bei jedem Angriff. Ich nehm einen super Trank. Ich wechsle jetzt nicht mehr, dass da nochmal wieder einen schönen Crit landet und mein nächstes weg ist. Okay. Ach. Voll geheilt. Ja, das macht keinen Schaden. Mach das weiter. Das ist super. Ja, mach weiter. Ist okay. Macht keinen Schaden. Ja, Kamerub. Ähm. Was ist los? Bei dir alles okay? Äh, was? Was mal Kamerub war, war die Weiterentwicklung, oder? Kamerub? Ist das nicht von Kamau die Entwicklung? Kamerub, Kamau? Ja, mach ich doch. Achso. Ich darf Schändelung aber nicht hier ewig drum lassen. Ich will nicht überleveln. Oh, ne, ne. Trin, das ist ein bisschen heavy. Level bist du denn? Bei welchem bist du denn? Du bist außerhalb der Höhle, ne? Bei einem. Du bist halt auch Gestein, ne? Du bist außerhalb der Höhle. Oh nein. Ja. Gut. Ne, ich bin auch innerhalb der Höhle. Alles gut. Bei dem bin ich noch nicht. Und du gerade schon. Magnitude. Magnitude, Zack. Oh, shit. Tauros. Tauros. Easy. Alter. Boah, Freunde. Das kann ich mit mir machen, ey. Tauros, mach das bitte weg. Boah. Dankeschön. Der war ein bisschen böse. Der war echt ein bisschen böse. Hm. Awakening. Nein. Du hier. Nein. Hau mich dann immer wieder raus dann aus dem Menü. Kann doch mal passieren, dass man das Falsche klickt, Mensch. Du bist mal ein bisschen roboterhaft, Leih. Äh, oh, das tut mir sehr leid. Du, aber mir auch manchmal. Aber nur so ganz minimal. Och, Pokémon. Moin. Dann gibt's ja nichts anderes. Ja, ein Wildes. In der nächsten Stadt. Du bist in der nächsten Stadt? Warte, ich noch nicht. Ich bin noch in der Höhle. Wieso bin ich seit so langsam? Hier müsste der Ausgang sein, ne? Ja. Okay. Ähm. Was hab ich für ein Item? White Leans. Was ist ein White Leans? Hast du ein Item gefunden? Vorm Ausgang. Links. Ach so, das. White Leans. Was ist ein White Leans? Hier, White Leans. Ein Item to be held by a Pokémon. It is a magnifying lens, the signly boosts the accuracy of moves. Ah, Genauigkeit erhöhen. Okay, das ist cool. Ist das eine Trainerin? Ist das vor den Aprikocos eine Trainerin? Nee, der Trainer ist ein bisschen weiter links. Okay, dann nehm ich mir jetzt die Aprikocos. Ich muss noch mal gucken, wie viele Pokébälle ich noch habe. Also die Wiese hier ist jetzt theoretisch ein, ähm, also die, da könnte man wieder eins fangen. Ja. Wie viele Pokébälle habe ich denn noch? Ich muss jetzt mal gucken. Ähm, Pokébälle. Ich habe fünf Pokébälle, einen Premierball, zwei Lur-Bälle. Ich verkaufe erst mal meinen Nugget. Boah, ich bin reich. Ich bin richtig reich, ey. Hm. Ah, ist das dieser Wanderer? Der da stand? Der hat gerade echt Bibel gemacht. Okay, an dem bin ich vorbeigelatscht. Ja, das hat dir nicht interessiert. Ich habe den noch nicht, ich bin noch nicht gegen den gekämpft. Ich gehe erst mal, ich gehe erst mal mich heilen und kaufe dann Pokébälle, dass wir danach dann den, äh, Encounter machen können. Ach so, hier mit den Fleckmon-Routen. Ja, 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 ja. Team Rockets. Ach, gegen den Team Rocket kämpfen wir jetzt noch nicht. Okay. Das kommt dann noch. Ich gehe erst mal ins Pokémon Center. Und dann in den Markt. Und dann kämpfe ich noch gegen den Trainer. Einmal bitte alle heilen, jawohl. Oh, Supertränke. Erst mal ein paar Supertränke kaufen. Oh ja, das wäre echt gut. Wie viel Geld habe ich denn? Ich hoffe, ich habe überhaupt Geld. Kleine Heilung zwischendurch. Ich weiß gar nicht, ob ich Geld habe. Mal gucken, ob ich Geld habe. Also durch das Nugget hatte ich gerade echt gut Geld. Ja, durch das Nugget. Ich habe kein Nugget. Ich habe kein Nugget. Ich habe 3000. Ich kaufe noch ein paar Pokébälle. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich weiß, dass hier der Rivale kommen kann. Den will ich natürlich nicht triggern. Wo kann der kommen? Ich glaube, wenn man die Stadt verlässt oder so. Wohin? Nach rechts oder nach links? Ja, nach links logischerweise. Von rechts kommen wir, ja. Ja, okay. Sein ist nochmal zurückgelaut. Weißt du auch nicht. Nein, das will ich nicht kaufen. Super Potion. Zwei kann ich noch mitnehmen. Zwei Super Potion. Dann nehme ich die auch mit. Ich habe wieder ein paar Bälle. Ich habe wieder 15 Bälle Minimum. Also das ist schon okay. Da oben ist das Haus von Kurt. Ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht da hinzugehen, weil da könnte halt der Rivale kommen. Ich traue mich nicht. Ne, ich traue mich nicht. Ich bin Schisser. Max will arrive. Das war das Wiederbeleben. Das kann ich eigentlich verkaufen. Das kannst du verkaufen. Oh, 2000. Hierher? Geld? Money, money. Gib mir dein Geld. Ach, ähm. Genau. Wie kann ich denn hier am besten schwächen? Ha, das wäre natürlich prädestiniert dafür. Was machst du jetzt? Achso, wegen der Wiese. Ich gucke gerade mein Team an. Ich save erstmal ganz kurz. Ich speichere erstmal. Sicher ist sicher. Und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge, oder? Bevor wir unseren nächsten Encounter holen. Ach, wie sind wir? Schon über 20 Minuten? Ja. Geht fix, ne? Ja, ja, ja. Gut. Geht ja jetzt schnell, dann speichere ich auch mal gerade. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.